Wir sind in der Götze in der Ruhe. Untertitelung des ZDF, 2020 Da liegt doch einer. Hätten es einer aus dem Haus gefallen. Da sind doch die Schuhe noch ohne da. Da sind doch die Schuhe noch ohne da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020